Was? Und es war ein Headshot. Bro. Ich kann nur runter gucken. Oh lol. Keine Ahnung. Silent Shots. Wo bist du gestochen? Ich bin unten am Boot. Ich wollte mein Quest machen. Oh da kommt der. Da kommt der. 100 Meter Headshot. 100 Meter Headshot. 100 Meter Headshot. Danke Dremu für dein Opfer. Eine Minute kann man noch Rating haben. Habe ich aufgeregt. Nein. Nice try. Nice try. Hier. Ich muss hier rechts. Hallo. Hallo. Achso. Sorry. Ich schleppe deinen Scheiß wieder. Ja okay. Okay nimm den ganzen Rucksack. Dann schleppe ich halt deinen Scheiß. Los brav. Da rechts zwei Spieler siehst du sie? Genau 90 Grad zu unserer Laufrichtung. Mhm. Sie haben uns auch gesehen. Jo. Er wollte gerade auf mich schießen oder? Hast du den zweiten rausgeholt? Ne. Ne ne. Okay. Ne ne ich auf den gleichen schießen wollen in dem Moment wo er gekippt ist. Problem ist ich kann nicht sprinten. Ich habe gerade ein kleines Sprintproblem. Alter. Der hat gar keinen Bock mehr. Der ist zwar sauweit hergeholt. Hier rechts neben uns. Jo. Ich höre es. Hast du ihn? Ne. Wo ist er denn? So jetzt kannst du ihn dir holen. Hab ich ihn? Ja ja. Ich musste kurz überlegen welcher welcher ist aber der Ball komplett lost der Kollege. Ich schieße ihn ab und er dreht sich einfach in eine andere Richtung. Level 18. trochen постро. Schatz, hier unten in Richtung Pumping. Geh beim Heli raus und geh an der Außenseite runter. Geht ein langer Weg zum Tunnel. Oh, Chat, oh, Chat, oh, Chat. Oh mein Gott. Was ist denn los, Alter? Ja, es waren eben Shots bei Pumping und dann hab ich halt geguckt und dann irgendjemand gesehen hat, dachte ich, ja, vielleicht lootet er die Skeps, die da unten lagen. Ja, hat er gemacht. Genauso, dass er den Kopf noch rausgeguckt hat. Perfekt, ey, schön. 200 Meter Headshots allein heute. Was zum Teufel? So, Chat, was schätzt ihr? Ganz am Anfang, der allererste Kill, wie viel Meter waren das? 85. Ich sag 91. Nehmt ihr so, Chat? 98. 90 sagt Austreon. 87 sagt Steel. Da rechts zwei Spieler, siehst du sie? Genau, 90 Grad zu unserer Laufrichtung. Mhm. Sie haben uns auch gesehen. Jo. Das schauen wir mal. 99,7! Was? Und es war ein Headshot. Bro! Hätte er sich nicht nach hinten lehnen können? Alter, ist die Waffe okay. Holy Macaroni. Habt ihr diesen fucking Laser gesehen? Habt ihr ihn? DLER, Stress! Bistir, « Number one 눈 ». Je bin dabei der Sola demonstrated das ganze Video jetzt. Und dann coarse, haben. Vielen Dank.